Musik Wenn Jesus predigte, dann konnte er die Menschen so richtig in sein Band ziehen und sie blieben manchmal über Stunden und manchmal wurde es Abend und sie hingen immer noch an seinen Bitten. Bei mir ist das anders. Wenn ich eine Predigt vorbereite, dann muss ich immer aufpassen, dass ich nicht mehr als 1700 Wörter habe. Wenn ich nämlich länger predige, verliere ich die Aufmerksamkeit der Menschen. Ich sehe, sie schlagen dann schon im Gesang das nächste Lied auf oder sie gucken sich die Kirchenfenster an. Ich kriege das genau mit. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so lange predige. An diesem Tag nahe Jesus im Tempel und es war grün morgens und schon wieder waren unzählige Menschen da und hingen an seinem Blick an seinen Lippen. Dann kamen ein paar schabende Seher und Schriftgelehrte und sie brachten eine Frau bei ihm und sie sagten, Jesus, diese Frau, die haben wir gerade bei einem Ehewohr erwischt. Und im Gesetz des Moses steht, dass man sie nicht steinigen soll, dass man sie töten soll. Jesus, was sagst du? Das dürfen wir doch machen jetzt, oder? Interessant, das ist eigentlich der Mann. Es waren nicht zwei, oder? Wo ist denn der Mann? Bei ihr rufen müssen doch immer zwei am Start sein. Vermutlich zu sein, einige Ausreder, dass diese ganze Geschichte nur instimmiert. Wir haben irgendeinen Mann befunden und haben gesagt, ich sehe der Frau, nur damit die beiden dann ertappen konnten, und jetzt konnten wir den Mann nicht mitbringen, weil wir ihn ja selber eingestellt hatten. Es ging eigentlich nur darum, Jesus in die Pfade zu locken. Würde Jesus nämlich sagen, ja, ja, steinig die Frau, so steht es im Gesetz, würde er sich selbst widersprechen, weil er immer gesagt hat, jeder Mensch habe eine zweite Chance verdient, es gibt Vergiebe und es gibt Gnade in Leute. Wenn er mal sagen würde, steinig sie nicht, würde er dem Gesetz des Mose widersprechen. Und das Gesetz des Mose ist heilig. Und Jesus hätte dann einen großen Widerspruch, und das wäre auch ein Brudien zu verurteilen. Also sind sich die Pharisäer und Schriftgelehrten einig, es gibt im Grunde, ja, nur eine Katastrophe am Ende. Jesus kann eigentlich nur das Falsche sagen, es gibt genau zwei Möglichkeiten. Und dann kommt Jesus mit diesem unglaublichen Satz raus, der sagt, wer von euch ohne Schuld ist, der kann ja schon mal anfangen. Der von euch keine Sünde hat, der kann ja schon mal den ersten Stein nehmen und werfen. Und dann hört man, wie die Steine runterfallen. Und dann geben alle, alle, alle weg. Die ersten sind die Ältesten, die gehen, das ist ganz interessant. Und das sind die Leute, die vielleicht, ja, auf die längste Lebenszeit zurückblicken können und sehen, ja, da ist ja doch einiges auf mir schief gelaufen. Und dann ist Jesus mit der Frau an meinen, der sagt, wo sind sie alle? Sind sie alle weg? Sie verurteilen dich nicht. Und ich verurteile dich auch nicht. Aber tu das nicht. Tu das nicht wieder. Ja, ich finde es interessant, wo kommen wir eigentlich in der Geschichte vor? Sind wir eigentlich folgenden Bruder drin? Ich weiß nicht, mir geht es so, dass ich auch schnell dabei bin, ein Urteil über einen Menschen zu fällen, einen Menschen zu beurteilen. Aber ich weiß eigentlich gar nicht über ihn. Oder ich weiß gar nicht genug, um mir ein Urteil erlauben zu können. Ich kenne doch nur das bisschen von ihm, wie ich kenne seine Vergangenheit nicht. Ich weiß nicht, was ihn, vielleicht schon widerfahren ist in seinem Leben, was ihm vielleicht mal ungetan wurde, was er nutzt wird. Ich kann mir eigentlich kein Urteil erlauben. Ist es ein Show auf dich selbst? Doch doch mal bei dir selbst. Wenn du selber ohne Fehler bist. Wenn bei dir alles top in Ordnung ist. Ja, dann kannst du es ja vielleicht wahrhaben, ein Urteil zu fällen. Neulich habe ich mit jemandem die ganze Versammlung der Fakten. Ich versuche nicht zu bewerten. Also wenn mir jemand etwas erzählt, oder wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann höre ich aufmerksam zu. Und dann denke ich auch darüber nach. Aber diesen letzten Schritt, es zu bewerten, mir ein Urteil zu erlauben, den versuche ich zu unterlassen. Ich versuche nicht zu bewerten. Und dann, das hat mich irgendwie herausgefordert, das aufzutun. Ich höre, aber ich möchte nicht bewerten, weil ich es nicht kann. Weil ich nicht genug weiß. Wer von euch ungeschuldet ist, sagt Jesus, der nervt den ersten Stein, wie er von euch, der ganz weiße Weste hat, der mag versuchen, ein Urteil sich zu erlauben. Weil ich anderen empfehle, sagt Jesus, es nicht zu tun. Ich versuche nicht zu erlauben, wie er von euch, der ganz weiße Weste hat.